Computerkumpel.de Hi, herzlich willkommen bei Computerkumpel.de Heute zeige ich euch, wie ihr unter Windows 10 einen weiteren Benutzer anlegen könnt. Wenn zum Beispiel euer Kind oder eure Frau oder auch andersrum euer Mann und eure Tochter oder euer Sohn den gleichen PC verwenden soll, aber nicht ins gleiche Profil rein soll. Das ist ein bisschen komplizierter geworden unter Windows 10, weil es für einen Benutzer so ein bisschen optimiert worden ist. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Und das ist ganz einfach. Ihr klickt einfach unten in dieses Suchfeld dort rein. Ich muss mir mal eben meinen Spickzettel hier aufmachen. So, in das Suchfeld rein. Und dann tippt ihr ein comgmt.msc. Ja, das ist ein Microsoft Chrome Konsolendokument. Ja, das ist ein Programm für die Benutzerverwaltung. So kommt man da hin. Man könnte es auch suchen, aber dann wird es ein bisschen schwieriger zu finden. Da einfach einmal draufklicken. Dann geht hier so ein neues Fensterchen auf. Ich ziehe das mal hier runter. Ich muss mir mal eben hier meinen Bildschirm aufmachen, damit man sehen kann, dass ihr alles seht. Ja, ihr seht alles. Dann klickt ihr auf diesem Reiter da, wo sich meine Maus bewegt, auf lokale Benutzer und Gruppen. Und macht einen Rechtsklick auf Benutzer. Ja, und dann könnt ihr hier neuen Benutzer auswählen. Da einmal draufklicken. Alles eingeben. Benutzernahme Test. Und vorstellige Annahme Max. Und der Rest ist Mustermann. Ach, den Rest könnt ihr euch denken. Kennwort noch vergeben. Und dann klickt ihr unten einfach auf Erstellen. Und schon ist der Benutzer da und kann sich beim Start von Windows anmelden. War doch ganz einfach, oder? Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich über ein Like. Und ich bin dann raus. Euer Computerkumpel. Ciao.